Es ist ein fröhliches Treiben, man sieht den Haufen Leute, es ist wie das Bürgerfest früher in Passau, nur besser. Ich finde es auf jeden Fall etwas Besonderes, weil man ja Passau nicht unbedingt mit Kunst verbindet und bei der Kunstnacht wird einfach gezeigt, dass Passau doch ganz schön viel in Richtung Kunst zu bieten hat. Ich finde einfach, Passau ist eine wunderschöne Stadt mit den malerischen Gassen und ich finde, die Kunstnacht passt hier wunderbar rein. Ich finde Kunstnacht super, weil im Passau mal endlich wieder was los ist und ansonsten ist ja eigentlich eh tote Hose und da ist mal richtig was los im Passau und jeder ist auf der Straße, egal ob jung oder alt. Kunstnacht, finde ich, macht eigentlich die Stadt zu dem, was es eigentlich sein soll, nämlich jung und lebendig.